Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spieltmeer Apps & Games. Wir werden heute gemeinsam Waterslide 3D spielen. Khan hat das schon mal mit euch gespielt und er hat wirklich in den höchsten Tönen davon gesprochen, wie toll dieses Spiel ist. Deshalb lasse ich mir das nicht nehmen und muss das unbedingt auch spielen. Wie der Name schon sagt, ist man in einer Wasserrutsche, erkennt man auch hier auf dem Bild. Schaut euch gerne auch nochmal Khans Video an. Ich weiß ja jetzt ungefähr, was auf mich zukommt. Und es soll wirklich richtig verrückt sein. Oh, wir sind schon im Level 8. Das heißt, ich spiele einfach da weiter, wo Khan aufgehört hat. Ja, ich habe das noch nie gespielt. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Auf geht's. Oh, ich bin in einer Quietscheente mit einem Schwimmring. Okay, man muss mit dem Smartphone lenken, indem man das Smartphone ein bisschen kippt. Oh, was war das denn? Ein Blumentopf oder sowas? Habe ich gar nicht gesehen. Boah, das ist wirklich super schnell. Okay. Was passiert jetzt? Muss ich hier auf dem Hintern landen? Oh, da geht's auch schon weiter. Ich denke, das war knapp. Man kann wirklich aus der Rutsche rausrutschen. Oh wei, das ist aber super gefährlich. Fail, retry. Ja, ich weiß, es war nicht so dolle. Okay, weiter geht's. 3, 2, 1, los. Boah, man kann ja auch die Perspektive erinnern. Das ist ja... Da wird er mir schon fast schwindelig und ich kann da noch noch schlechter lenken, als es ohnehin schon. Okay, diese Perspektive nehme ich auf jeden Fall nicht nochmal. Ich lasse die, da kann ich besser gucken. Habe ich einen besseren Überblick über das, was hier in der Wasserrutsche mir entgegenkommt? Ja, lieber so. Boah, ich bin hier schon wieder fast außerhalb der Rutsche. Jetzt bin ich super schnell. Ich wollte noch ausweichen, aber da war es schon zu spät. Ich glaube, ich komme auf jeden Fall nicht in Level 9 hinein. Das ist ja jetzt Level 8 hier. Oh nein! Also ich bin echt mega schlecht in diesem Wasserrutsche-Spiel hier. Vielleicht habe ich auch einfach zu schwer angefangen, weil Kahn hat natürlich schon ein bisschen Vorerfahrung, hat sich hier das Spiel schon gut einspielen können. Und ich bin hier jetzt als Neuling schon im achten Level. Das kann nicht gut gehen. Und vor allem, was sehr, sehr gefährlich ist, ist natürlich, dass man aus dieser Rutsche rausfallen kann. Boah, was ist das denn? Ich habe irgendeinen extra eingesammelt. Ich glaube, vielleicht ist das sowas wie ein Schutzschild oder sowas. Jetzt geht die Rutsche hinter dem Wasserfall weiter. Mal sehen, ob ich diesen Level überhaupt fertig kriege oder ob ich hier kläglich scheitere. Boah, es wird wieder schneller! Macht aber super viel Fun. Echt cool das Spiel. Es geht schon wieder weiter. Oh! Wenn ich nicht so viel rede, dann konzentriere ich mich hier gerade. Es ist wirklich ein echt schnelles Spiel, vor allem, wenn hier der Turbo eingelegt wird. Boah, ich sehe schon fast gar nichts mehr. Wo bin ich? Ah, ich habe den Level geschafft! Ich wusste gar nicht, was los ist. Okay. War schon ein bisschen schwierig. Oh, ich habe auch nur einen Stern. Oh, oh. Oh, oh. Ich sehe schon, Kahn hat nicht einen einzigen Level mit einem Stern abgeschlossen. Ich glaube, ich werde ein bisschen Ärger kriegen. Soll ich mich noch hier an den nächsten Level an Level 9 rantrauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier voll seinen Lauf zerstöre und sein ganzes Spiel damit schlecht mache. Ach, der wird mir da schon verzeihen. Ich mache das jetzt einfach. Volles Risiko. Level 9 sind wir jetzt. Ich glaube, ich bin in Ägypten. Da ist gerade eine Pyramide und auch die Musik ist irgendwie ägyptisch. Oh, mit so verschiedenen Touren und sowas. Oh, was ist das denn? Irgendwelche Köpfe schwören da um meinen Kopf herum. Das war ja gruselig. Vielleicht war das auch sowas wie ein Schutzschild. Nein! Oh, es geht direkt weiter für mich zugelang. Wow, was war das? Ich sehe nichts. Was war das? Ich glaube, ich bin in ein Tintenfass reingerutscht. Ich glaube, ich bin echt nicht so schlecht. Behaupte ich jetzt mal so. Wow, das war echt super knapp. Ich glaube, ich bin sogar reingerutscht. Ich glaube, ich bin gleich schon wieder fertig im Level. Und habe, glaube ich, sogar zwei Sterne geholt. Ja, na gut. Den Wasserfall Level 8 habe ich mit einem Stern abgeschlossen und den zweiten immerhin mit zwei Sternen. Das ist Kahn auch mal passiert. Also wenn ihr weiterhin sehen möchtet, wie wir hier die Rusche runterpreschen, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!